Wenn es so wird, dann ist das schon fast so schlimm wie in Sonic 06. Ganz ehrlich, der Kampf gegen Silver, das Hauptproblem ist wirklich die Kamera. Weil sie nicht auf Silver fokussiert ist. Und man immer wissen muss, wo Silver ist, sonst lädt man ihn in die Arme und das will man nicht. Schaut euch Videos von dem Kampf an, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Aber die Fähigkeit ist neu. Aber er war in Sonic 06 halt schon echt okay. Vor allem, wenn man es im Multiplayer gespielt hat. Bettrennen gegen Sonic oder Shadow und dann einfach den anderen Spieler erstmal so am Anfang eigentlich permanent einfrieren. Ich glaube halt, bis Silver irgendwas anderes halt aufheben will. Ich glaube, bis so lange hält das dann auch. Komm, ich muss noch einmal treffen. Was ist denn das? Wie ist das? Es ist. No. Use. Stirbst du langsam mal? Oh, shit. Ich habe keine... Ich habe keinen Ghost. Und so starb Silver. Und so starb Silver. Mir fehlt jetzt noch ein Chaos-Emerald, ne? Ich glaube, das Spiel ist auch nicht besonders lang. Oh Gott, was will weg da? Wer verweckt der Noten hin und her? Oh Gott, nein! Bitte! Move-Meister. Endlos-Turbo? Oh Gott, das klingt super. Darf ich das bitte haben? Oh. Warte, ich kriege keine Ringe, ne? Okay, die Fähigkeit ist nicht so geil. Das ist was für Leute, die so gut sind, dass sie nie irgendwo reinlaufen. Die Leute können halt dann auch wirklich dauerhaft boosten. Boah, zum Glück ist das Level nicht lang. Ah, ne, mir reicht ein S-Drang hier. So. Oh, ne, ne Note, komm. What? Nein, nein! Das, ich finde das so bescheuert, dass die Noten sich bewegen. So, wenn ich jetzt wieder da hochfinde. Vor allem, weil ich auch dem Boss-Schlüssel von dem Level dann gerne hätte. Okay, auch nicht das Lied, was ich gesucht habe. Aber... Nein, boah. Kannst du dich mal umdrehen und in die Richtung dann boosten. So, jetzt mal den Schlüssel. So, wo ist denn eine Challenge, die hier zugehört? Warte, hier, hier hoch. Äh, mal sehen. Oh, so viele Ränge. Wenn die jetzt noch extra Leben geben würden, wenn man genug sammelt, aber... Das wäre so, PSC wäre dann im Prinzip schon eine Farm. So, A-Rang. Und jetzt möchte ich gerade den Boss-Schlüssel haben. Warte. Das war... Warte, das war von Rooftop Run, ne? Ups. Das war nicht so ganz, was ich gesucht habe. Also, ich muss nochmal eins machen, warte. Irgendwo werde ich doch wo eins finden. Das ist jetzt die einzige, die ich finde. Und, äh... Die Röhm, muss ich noch eins finden. Das war ein wenig. RÖKEN! 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 Got to. Warte, was? Da ging's nicht durch. Das war eine doofe Idee, oder? Rock'n! 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 So, da hoch bitte Ich darf nicht mit dem Controller Also nicht mit meinen Händen An den Schreibtisch dran Ich möchte nicht riskieren, dass das Mikrofon das aufnimmt Äh Ich wette, der Zielring fällt auch runter, wenn ich das Ding Boah, kannst du bitte Hey, immerhin noch C-Rang Das reicht mir ehrlich gesagt auch So, jetzt muss ich noch den Bossschlüssel Da Boah, ich bin mir nicht sicher, welcher Boss es ist Die Musik sagt mir irgendwas, aber Okay Egg Dragoon? Ach, ist das Ding aus Unleashed? Time for a change of pain Attack its belly Freeze You go Aua Ich brauch Ringe? Ah, ich hab Ringe Alles klar, aber ich hab nicht viel Boost Das war genau zu früh Oder zu spät Ah, ich bin natürlich auch direkt reingedasht, ne? So Ich glaub, viel mehr hält der auch nicht aus Hier geht's Time for a change of pain